Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 29.05.2020, den letzten Handelstag im Mai. Und ja, ups, was ist da passiert? Da hat es unseren DAX ein bisschen aus der Balance geschlagen. Bevor wir jetzt aber hier gleich den Kopf in den Sand stecken. Da wollte ich gar nicht mit Ihnen drauf gucken. Ich wollte zuerst mit Ihnen hier drauf gucken. Ganz kurz, Dienstag, erinnern Sie sich? Wann war Dienstag? Das war Dienstag. Hochgestartet, runtergezogen, die ganze Zeit zur Seite, Hochanstag ist hoch und richtig schön nach unten zum Abend runter. Diese Bewegung, hier im Kleinen. Können wir mal in eine andere Zeiteinheit? Vielleicht habe ich hier nichts drin. Ja, hier habe ich nichts drin. Dienstag. Dienstag, Dienstag, Dienstag. Das ist der Dienstag. Ja, wir gehen mal hier rein. Wahnsinn. Das ist der Dienstag. Das war der Dienstag. Hochgestartet, runter, runtergerissen, Leute unruhig gemacht, zur Seite gelaufen. Wieder hoch, ans Tageshoch gekämpft, ewig zur Seite, am Abend richtig Stress nach unten. Wir gucken hier. Sehen Sie das? Das ist genau die gleiche Bewegung. Exakt. Das ist genau die gleiche Bewegung. Das sind sogar die gleichen Wellen. Eine, zwei, drei, runter. Eins, zwei, drei, runter. Dann dieses lange Hoch, leicht runter von diesem Hoch, circa mittig in der Bewegung. Runter zur Seite. Hier lange Bewegung hoch. Hier das Hoch, mittig. Dann zur Seite und hier hinten auf die letzte Katze Stress. Was war das Ergebnis? Aufwärtsgap, Feuer frei. Also, ich glaube nicht, dass ein Aufwärtsgap kommt, um das gleich vorwegzunehmen. Aber wenn es kommt, schreiben Sie sich jetzt schon einen Zettel, Sie werden wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Schreiben Sie sich jetzt einen Zettel, dass Sie dann echt durchknallen können. Nämlich so, wie er das am Mittwoch gemacht hat. Ja, das heißt, in dem Falle, wenn unser DAX jetzt hier tatsächlich per Aufwärtsgap reinrupfen sollte, ich nenne nicht das Wort mit O, das ist vielleicht nicht ganz so förmlich für einen öffentlichen YouTube-Kanal, aber Sie kennen mich, Sie wissen auch, wie ich das meine, ne, dann sollte man hier auf jeden Fall um Eskalation einplanen. Also, wenn er das jetzt hier auskontert, wenn er jetzt hier woher auch immer über Nacht ordentlich Schub reinkriegt, schön auskontert, vielleicht sogar da drüber eröffnet, über einer 7,80 eröffnet, ins Rennen kommt, planen Sie ein, dass er bis zur 12,1 kann. Ja, die 11,9,35 und die 12,1. Das wären die zwei einzigsten Marken, wo ich dann sagen würde, da würde ich die Aufmerksamkeit zum Freitag widmen. Weil wenn er zum Freitag jetzt nochmal da oben aufs Hoch geht, was meinen Sie, wie die ganzen Shorts unter Stresszustand kommen? Die gehen raus, die kriegen Panik. Ne, und das gibt einen Shortsqueeze, den haben Sie nicht gesehen. Ja, also, das ist so eine krasse Woche gewesen. Wenn der jetzt zum Freitag das auskontert, diese Schwäche, die er zum Abend gemacht hat und durchgeht, dann, das kann richtig knallen, ne. Also, von daher, das schon mal ganz, schreiben Sie es gleich auf den Zettel am Ende des Videos, haben Sie es vielleicht vergessen, weil jetzt beschäftigen wir uns damit, was kann unten raus passieren. Denn das ist aktuell sogar wahrscheinlicher. Aber das oben raus ist das Gefährlichere, weil, das macht keiner mit, ne. Der macht einen Aufmerksamkeit und dann sagen alle, geh ich mal Short rein und dann, der schrubbt da durch ohne Ende. Glauben Sie mir. Also, das ist gefährlich, das muss man auf dem Plan haben. Das wird auch was, glauben Sie mir, da sagen Sie sich jetzt, ja, dann geh ich dann halt long. Das wird eine Situation, machen Sie nicht. Sie wollen Short instinktiv, ne. Und deswegen am besten einen Zettel schreiben, dass Sie dann vielleicht einfach gar nichts machen, ne, wenn es dann kommt. Und Sie wollen Short, dass Sie dann sagen, nee, hier auf meinem Zettel steht, wenn das kommt, dann mache ich das nicht. Ne, dann haben Sie sich schon mal viel geholfen, weil das sind die Targets, die können wehtun. So, das ist auf der Oberseite wichtig, das müssen wir erstmal beachten. Jetzt Unterseite. Was war, was war gesagt? Wir haben gesagt, im Rhythmus der letzten Tage kommt bestimmt ein Aufwärtsgap in die nächste Widerstandszone rein. Die war bei 10.800, 10.830, haben wir gesagt. Von dort könnt ihr erstmal wieder zurücklaufen, weil Donnerstag das immer wieder macht. Könnt ihr auch den Gap-Close zumachen, dann wieder zurück eilen, ein bisschen hin und her pendeln. Exakt das, was wir haben wollten, haben wir hier gemacht. Also, typischer Donnerstag, gerade durchgezogen und ein interessantes Ende reingestellt. Bringt er uns nämlich jetzt Stress nach unten? Können wir den Short-Trigger eigentlich tiefer ansetzen? Brauchen die nicht so tief. Die Unterstützung, die hier dazwischen liegen, ich glaube, das wären jetzt kleine Bullenfallen. Ne, das wären doch Bullenfallen, ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er schon bis zum Gap geht, bis zur 45. Die 640 und die 620, das ist eine schöne Unterstützungszone. Das ist eine schöne Unterstützungszone, aber ich vermute, ich bin mir nicht sicher. Wenn er reagiert, ich glaube, ich würde es vielleicht auch probieren. Eng abgesichert. Ne, wenn er schön an der 640, 620 reagiert, könnte man schon lange probieren. Aber ich vermute, dass er durchgeht. Ich vermute sogar, dass er, wenn er es hinkriegt, er ist jetzt unheimlich schnell wieder zurückgebounced hier. Ne, nachdem er sich so runtergestellt hat, er fast 55 Punkte direkt, außer plötzlich wieder zurückgeschnipst. Falls er das, falls er ein Abwärtsgap hinkriegen sollte, dann wäre das die Gelegenheit, überhaupt mal das Sentiment zu drehen. Weil, was machen die? Die wollen in den Gap-Close handeln. Ne, und wenn die einmal im Long drin sind, dann kommt die den ganzen Tag da in der Regel nicht wieder raus. Ne, das heißt, man muss das Gap dann offen lassen. Und wenn er das schafft, dann rennt er durch die 620, 640, nämlich, glaube ich, durch. Das lässt er dann offen. Ne, und deswegen, das wird ein interessanter Freitag, auf jeden Fall. Trotzdem sollten Sie eines beachten, Freitage nehmen oft den Tradern, die gute Wochengewinne vorweisen können, diese wieder weg. Warum? Weil Freitage anders laufen. Andere Wochen, eine andere Wochenzyklik, einfach eine andere Tageszyklik auch haben, wie die anderen Tage. Das heißt, das, was Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gut geklappt hat, klappt häufig am Freitag nicht. Das ist was, was nicht nun wirklich jeden Freitag passiert, aber immer wieder freitags passiert. Ne, deswegen sage ich auch immer wieder, wenn Sie gute Gewinne hatten in der Woche, überlegen Sie sich, ob Sie es zum Freitag drauf anlegen wollen, oder nicht einfach mal einen Pausetag machen, diese Gewinne vom Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag einfach mal genießen, sich zurücklehnen und das genießen. Ne, das einfach mal, einfach mal was wird. Vielleicht auch mal eine kleine Auszahlung dann machen, ne, das, das ist was, was auch viel zu wenige immer machen. Die zahlen viel zu wenig aus, die zahlen immer nur ein, 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 versuchen immer bis unendlich hochzutraden, landen immer wieder unten, ne, weil sie das nicht lernen, dass dieses Auszahlen, dass das so wichtig ist halt, ne, dass man sich auch mal dafür belohnt, dass man ein Cash holt, mal was aufs Schiri-Konto. Erst wenn das Geld vom Trading-Konto runter ist, ist es tatsächlich ein Gewinn. Vorher ist es immer wieder anfällig, kaputt zu gehen halt, ne, deswegen muss man lernen, auch von einem Konto was abzuheben. Aber gut, das sind ganz andere Themen, ich rutsche hier voll von der Analyse weg. Geht da drunter, haben wir die 45, geht da tiefer unter 45, hält da nicht an der 45 am Gap-Close? Haben wir bei 4,60 noch was? Wieso komme ich eigentlich auf 45 Gap-Close? Da ist da gar kein Gap-Close. Ne, das ist einfach nur so eine wichtige Unterstützung wegen den Hochs. Der eigentliche Gap-Close ist bei 4,50, dann sogar und bei 400. Ne, da sehen Sie schon, hier drunter wird es waktig. Wir haben hier ein schönes Doppeltop stehen, was nach oben ausgerissen wurde. Das ist übrigens dieser Dienstag, ne, wo wir hoch, runter, hoch, runter sind. Also genau das, was wir jetzt zum Donnerstag gemacht haben. Wenn er auf diesem Doppeltop aufsetzt und wieder nach oben dreht, kann er von hier unten wieder komplett nach oben hochlaufen. Muss man auf dem Schirm haben. Ne, das heißt, die 45 ist im Grunde genommen eine Long-Chance. Wird die nicht angenommen, geht der durch, gehe ich davon aus, dass wir die Gaps zumachen bei 4,60 und auch bestimmt das bei 400. Das heißt, hier können wir dann im Grunde genommen jetzt einen Short-Trigger ansetzen. So. Ja, also geht der hier durch, durch die Zone. 6,40, 400 würde ich dann schon sagen. So, damit haben wir oben erstmal ein bisschen abgeschirmt. So. Wo wäre dann, die können wir ein bisschen weiterdenken. Macht nämlich eigentlich keinen Sinn, das so zu zeichnen. Wenn wir hier nur Unterstützung haben, machen wir es eher so. Geht der tiefer, wird er auch hier reinlaufen. Und wir haben auch noch was. Ne, hier diese, 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 die, die, der Bereich hier so. Also um die, ja, 2,45, na, glaube ich noch nicht so dran. Eher an das Tief dieser Stoßkerze, diese Impulskerze. Also knapp über der 12,100. Das wäre dann interessant. Ne, also geht der tiefer hier. Geht der hier aus diesem Support-Bereich um 5,40, 4,80, 4,50. Alles, was hier so liegt, ne, das ist eine stabile Zone eigentlich. Die kann gut nach oben drehen. Ähm, durch würde sich nach unten wieder ein bisschen Rücklauf machen. Und dann haben wir jetzt hier zwei gleich lange Aufwärtsbewegungen fertig. Dann könnten jetzt drei nach unten kommen. Die hätten hier einen Zielbereich. Und zwar in drei Wellen. Erster, zweiter, dritter. Ne, das wäre durchaus dann denkbar. So. Okay, das auf der Unterseite. Dennoch Oberseite. Ich bin noch nicht sicher, dass der das unten schafft. Der ist so hochgezogen. Der steht jetzt schon bei 7,25. Jetzt, wo ich das Video einspreche. Bei 7,25. Das sind schon jetzt 50, 55 Punkte höher. Wenn der bei 7,50, 7,70 rauskommt. Der macht, ich glaube, der hackt die Leute kaputt. Der bringt die ganzen Shorts zur Weißglut. Jetzt steht er schon bei 7,30. Also ich kann mir das, wenn der da hoch geht halt, ne. Und hier auch drüber geht. Sie müssen immer dran denken, hier gibt es ganz, ganz viele Leute, die hier noch offene Shorts immer haben. Versetzen Sie sich in die rein. Die haben jetzt, haben die Freude. Die haben jetzt Hoffnung. Die haben Zuversicht. Die sind total optimistisch vielleicht, dass der unten reinkommt. Und dann kommt der nicht. Und dann macht der ein neues Hoch. Was glauben Sie, was bei denen abgeht? Das setzt das Gehirn aus. Die sind nur noch, ja. Die sind ihre Emotionen. Die sind nur noch emotionsgetrieben. Die sind nur noch emotionsgetrieben. Und quasi, ja. Die sind Opfer des Marktes dann letztendlich halt. Die kann den Markt schieben, wie er will. Und dann macht er in der Regel, fangen die Leute dann auch die Stopps zu schieben. Weil sie zu überrumpelt sind von der Situation. Sie sind zu überfordert. Das geht ihnen zu schnell. Sie versuchen sich mit diesem Stoppschieben künstliche Bedenkzeit zu verschaffen. Vielleicht auch ein bisschen Platz. Und dann kommen sie aus dem Stoppschieben nicht mehr wieder raus. Das heißt, wenn er das hinkriegt, das ist echt gefährlich. Bis an die 200 Taglinien kann er springen. Wirklich. Das ist kein Mist. Das sind nicht viele Punkte. Das sind 400 Punkte. Also, wenn er gut reinkommt, sogar nur 350. Das schafft er locker an einem Tag. Und wenn wir in den Tageschart gucken, das ist da oben halt. Das ist nur kein Akt. Aber die Stelle, an der wir getriert sind, ist trotzdem hot. Also, ich... Super, super spannender Samstag. Ich kann es kaum erwarten. Also, am liebsten würde ich jetzt hier so auf so eine Play-Taste klicken und einfach mal gucken. Weil, gucken Sie mal, die Storastik. Die ist hoch. Wir haben gesagt, früher, erinnern Sie sich noch, hier haben wir gesagt, so könnten wir uns das auch vorstellen. Haben wir ganz oft schon so gezogen. Haben wir gesagt, vielleicht auch bis 11.800, vielleicht auch bis 12.100, aber vielleicht auch 11.800. Immer wieder haben wir das gesagt. Und immer wieder auch gesagt, wenn er hier dreht und schön ist, ach, das würde so passen. Es würde einfach auch passen, wenn er von hier jetzt ins Seitwärts übergeht. Nicht die große Abschusswelle, der würde ich gerne noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube weiterhin, dass die sich erst Mitte Juni loslösen kann. Aber zumindest hier ein bisschen seitwärts, vielleicht so. Einfach hier ein bisschen, ne, zack, runter, so. Ne, und dann sind wir schon fast Mitte Juni. Was ich Ihnen im 2-Stunden-Schatz gezeigt habe, runter auf 11.100, das ist fast schon zu viel, ja. Vielleicht hier runter. Was haben wir vor uns gesagt? 45. Vielleicht so. Dann hier nochmal ein bisschen hoch. Dann hier zur Seite. Und dann hinten raus der Abflug. Das würde auch jetzt im Tagessort gut passen. Aber wir gucken mal. Wir haben eine rote Tageskerze. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die erste. Wieder nach einem doch relativ steilen Anstieg. Kriegt er neue Tiefs rein, fängt er an zu fallen. Kleiner hat ein Umkehrsignal. Das heißt, macht er tiefere Tiefs, bekommt er in dem Sinne jetzt hier tatsächlich dann auch erste kleine Verkaufssignal, ja. Von einem EMA 200 weggedreht, jetzt nach unten. Bin ich sehr gespannt, ob er das verwandelt bekommt oder ob er einfach per Aufwärtsgab reinknallt und alle fertig macht, die er fertig machen will, halt, ne. Das ist, das, es wäre halt auch einfach DAX, ne. Es ist, macht sowas halt gerne. Ne, also bin ich gespannt. Ich würde, ich favorisiere das unten raus, aber ich habe unheimlichen Respekt, wenn das, wenn der nicht da unten eröffnet oder gar einen Abwärtsgab macht, sondern oben rauskommt. Sehr viel Respekt davor einfach. Das sind, es ist, A, die gleiche Situation wie am Dienstag. Sie haben schon da gesehen, was da passiert ist und das sind einfach auch so typische Sachen für den DAX, ne. Gut, Freunde. Damit haben wir es im Kasten. Die 620, 640 ist wichtige Unterstützung. Die 45 ist super wichtig. Der grundsätzliche Bereich um die 45 ist wichtig. Geben sie dann vielleicht auch ein bisschen Zeit und warten sie vielleicht auch eine erste grüne Stundenkerze hier ab. Dann kann man versuchen, wieder long zu gehen. Bis an die 650 auf jeden Fall. Und mit, ja, wenn er sich gut schlägt, sogar wieder bis hoch in 830. Später dann vielleicht die 39, die 12100. Das ist alles denkbar, wenn er hier eine Drehung reinkriegt, ne. Gut, Freunde. Dann mache ich jetzt hier aus. Wünsche Ihnen einen super spannenden Freitag. Kann man auch einfach mal zugucken, ne. Also wenn so ein geiler Tag ist, in dem Moment, wo Sie in Schieflagen drin sind, macht Ihnen das dann nicht so viel Spaß, ne. Also deswegen eng absichern, nicht zu lang die Verluste laufen lassen. Wenn Sie gut drinstehen, macht so ein Tag auch Spaß. Aber sowas kann auch einfach nur mit zugucken Spaß machen. Und dann lernt man auch viel, ne. Und das ist viel Erfahrung, die man da sammeln kann. Wie verhält sich ein Markt? Wie verhalten sich andere? Was machen andere verkehrt? Wie hätte ich das besser machen können als die? Und so, ne. Das ist, ne. Das ist viel. Sowas ist wichtig. Und die Gedanken, die machen Sie nicht, wenn Sie selber an einem Trait drin sind. Weil dann ärgern Sie sich nur über alle anderen, weil Sie denken, die sind schuld, dass Ihnen das gerade so passiert, ne. So ist es halt. So ist es bei allen. In dem Moment, wo Sie aber nichts drin sind, dann haben Sie diese Neutralität, dann können Sie sich solche Gedanken machen, die Ihnen auch was bringen später, die Ihnen auch helfen, eine Erfahrung aufzubauen. Das schaffen Sie nicht, wenn Sie den ganzen Tag in Minuspositionen sitzen. Dann bauen Sie keine Erfahrung auf, ne. Verlieren Sie nur Geld und sagen sich immer wieder, na ja, ist wichtig, habe ich was gelernt, aber Sie lernen daraus nichts. Das ist ein Irrglaube. Das ist auch der größte Irrtum im Trading überhaupt, halt, ne. Das am meisten lernt man wirklich vom Zugucken. Nichts machen. Markt beobachten, andere Leute beobachten. Davon lernt man am meisten. Ne, und auf Papier aufschreiben, was war daran gut, was war daran nicht gut. Das ist das Wichtigste überhaupt. Gut, Freunde. Also, ich mache jetzt hier zu. Ne, halt, warte, warte, warte. Feiertag? Ist Feiertag? Ist Pfingsten, hä? Warten Sie, ich gucke mal kurz. Ja, schauen Sie. Hier, Pfingstmontag, 1. Sechster ist frei. Das heißt, da ist Feiertag. Da geht nichts. Dann sollten Sie da aufpassen, dass Sie, ähm, was Sie für Positionen auch mit übers Wochenende nehmen, ne. Der DAX wird wahrscheinlich dann nicht gehandelt werden. Kann sein, dass der eine oder andere Poker Ihnen dann keine Kurse stellt. Hey, die Amerikaner handeln dann aber, ähm, immer ein bisschen gefährlich halt, ne. Deswegen überlegen Sie sich, was Sie für Positionen mitnehmen, ne, damit Sie dann nicht einen riesen Gap vor die Füße gesetzt kriegen am Dienstag, wenn Sie wieder handeln können. Also, da wirklich ein bisschen aufpassen, ähm, da sind drei Tage, an denen viel passieren kann, insbesondere wenn Trump jetzt gerade so auf Koalitionskurs ist. Da sind ja auch dann doch ab und an mal schnell auch wieder Einigungen drin, ne, wobei er ja, wenn er anfängt zu trennen, Trampeln meist doch, dass er auch zeitlich immer ein bisschen hinzieht, ne. Das ist ja meistens nicht, nicht, dass er es dann morgen gleich wieder umdreht, aber haben wir bei Trump auch schon gesehen. Ne, heute hier, morgen dort. Also, passen Sie da auf, das ist, das ist Feiertag einfach und, ja, seien Sie vorsichtig, überlegen Sie sich, was Sie am Abend dann noch mit reinnehmen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, schönes Wochenende, viel Erfolg zum Freitag, lassen Sie sich nicht Körer machen von dem. Und schön an der Seitenlinie stehen mit einem Messer in der Hand, wartest du, bis der kommt. Und, und, ähm, ja, machen Sie, machen Sie sachte, ne. Schön, schön warten, geduldig sein, rein das Messer, Geld raus und wieder zurück. Gut, dann mache ich jetzt hierzu viel Erfolg und bis Sonntagabend. Ciao.